Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle! Schneckball vs. Unloved, Meg. Ich gucke immer auf den Bildschirm, um deinen Namen abzulesen. Ich bin so dumm. Du weißt also nicht, wie ich heiße? Doch, weiß ich. Aber trotzdem gucke ich immer nach unten. Und das wollte ich jetzt mal kurz anmerken, weil man das nämlich bestimmt sieht im Video. Nach unten? Wieso guckst du nach unten? Von der Kamera weg. Ich gucke ja eigentlich zum Publikum bei der Begrüßung. Und dann geht mein Blick kurz runter auf den Bildschirm, wieder hoch. Ja, spielt die ja eigentlich. Spiel ich jetzt? Spielt jemand anders? Spielt die Schneckball mit? Ist sie es wirklich? Spielt sie wirklich mit dir? Ist sie wirklich bei mir im Video? Ist ja auch unglaublich. Ich warte immer noch auf unser Horrorgame. Angebot steht. Ich will aber auch was Schockiges haben. Was Schockiges? Ja, ich bin doch da. Ich bin schockig genug. Ja stimmt, vor dir grusel ich mich genug wahrscheinlich. Das klingt irgendwie gemein. Ja, es war fies, ne? Das nehme ich auch zurück. Okay, wir fangen schon mal. Wir haben ein anderes Waffenset oder zufälliges Waffenset gewählt. Ach ja, habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber ich, äh... Wieso stirbst du denn schon wieder nicht? Das ist doch wohl nicht so. Was? Puh. Jetzt habe ich mich aber gerade komisch angestellt. Okay, wir spielen Pistolen. Ich verstehe. Und ich habe dir gerade in deine nicht vorhandenen Weichteile geschossen. Okay. Ja, es tat auch ziemlich weh, muss ich sagen. Tu das bitte nicht nochmal. Haben die Glocken geklingelt? Du bist eine Glocke. Ich könnte schon wieder so ein bisschen hier sauer werden. Aber ich nehme mir für jede... Jetzt reicht's! Ich wollte mir... Jetzt reicht's, ja! Jetzt ist aber mal Schluss. Weißt du, ich wollte eigentlich sagen, ich möchte mich ein bisschen zusammenreißen und ruhig bleiben. Aber diese Waffe ist einfach so scheiße. Was hast du für eine Waffe? Musst du gleich merken. Ja, wie du da schon wieder geierst. Nix! Ne Shot! Ich fass es nicht. Jetzt schieß sie nur! Scheiße! Nein! Doch! Oh man, dieses Waffenspiel ist so cool. Ich mag das echt gerne. Ja, ich auch. Das ist nicht wahr. Ich treffe dich die ganze Zeit und du stirbst nicht. Du schießt einmal und ich bin weg. Ich hasse Shotguns. Hab ich dir das schon mal gesagt? Nein, nein. Findest du witzig, ne? Scheiße! So. Puh, das wird auch geil geschossen. Ja, das ist für mich ziemlich schlecht, wenn du das immer sagst. Aber leider sieht man es ja bei dir auch. Das heißt, ich... Oh Gott! Okay, das war der Beweis, dass ich auch schießen kann. Das war Glück. Ne, das... Doch! Doch! Die Karte habe ich auch schon echt viel gespielt. Ich auch. Viel gehasst und viel... Ah, 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 ah! Wo ist er? Ah, genau da. Von da oben bin ich schon oft erschossen worden. Von euch... Ja. Das ist auch so. Ja, genau. Aber hier... Aber hier in diesem Haus. Auf diesem Tisch, wo die ganzen PCs stehen. Da campen die auch immer. Boah, ey. Und da kann man echt sauer werden. Und diese Waffe. Das ist jetzt meine Hasswaffe, die ich schon wieder habe. Ich muss dich irgendwie austricksen. Ich muss dich irgendwie austricksen. Und renne immer im Kreis. Ah, diese Kackwaffe. Ich... Ich... Weißt du, ich... Ich hüpfe hier auch schon wieder. Ich... Auf dem Stuhl hin und her. So. Das ist unser Gamer-Sport. Nein! Jetzt hör auf, mich zu töten die ganze Zeit. Ja, stimmt. Sonst bewegen wir uns ja nicht, weil wir den ganzen Tag vor dem PC hocken. Ja. Ne? Das ist... Ich hasse diese Waffe. Ich hasse diese Waffe bis aufs Blut. Und ich will, dass du jetzt stirbst. Es ist einfach... Blutreinfeilig. Es ist einfach... Ja, es ist schön. Gecheatetes... Gecheatetes Blut rünstig. Mehr ist das nicht. Es ist einfach unfair. Ach. Der hat mir gerade wieder jammerig. Nein. Oh Mann. Ich... Ich weine gleich. Ja, willst du das? Willst du, dass ich weine? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du weinst. Dann lass mich gewinnen! Wie ich von dir schon wieder auf den Sack kriege hier, ey. Ich will diese Waffe nicht mehr, Kevin! Oh, oh. Jetzt wird's fies. Ich möchte auch nicht schreien, aber ich... Ich dreh gleich durch mit dieser Waffe. Alter! Ich hab mir gesagt, ach, das wird's fies. Na, standst du neben dem Jeep? Ich rede gleich nicht mehr mit dir. Ich bin richtig sauer jetzt gleich. Oh. Da wollte er jetzt gerade nicht feuern. Schade. Das tut mir echt leid. Und jetzt ist ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ah! Oh! Ey, wo gehen denn die Schüsse hin? Vor allem, dass du da standest. Ich hab mich ja total erschrocken. Ich habe mich sehr erschrocken. Das ist nicht zu fassen mit dir. Alter. Ich weiß nicht, ich konzentriere mich die ganze Zeit. Nee! Scheißspiel! Ich will nie wieder Waffenspiel! Oh, fuck. Ja, super. Mit einer Shot brauche ich dir jetzt auf... Fuck. 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 Was ist das hier eigentlich für eine Kack-Reihenfolge? Die ist krass, oder? Oh. Wahnsinn, ey. Du hast so viel, äh... Oh, Mann, das gibt's doch nicht. Bisschen Erfolg brauche ich hier auch mal. Feuere doch mal schneller, ey. Ach, du hast schon genug getroffen. Das reicht jetzt. Ne? Komm, 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 komm. Jetzt gehst du wieder woanders lang, ne? Ja, ja. Durchschaue deine Tricks. Oh, den habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist so ein super Rechenbaum. Wie bitte? Ja. Dann muss ich wohl meine Taktik mal ändern, was? Ja, mal ändere mal. Oh, Mann, ey. Puh, puh, puh. Danke. Tief durchatmen, Kevin. Alles wird gut. Du randalierst da hinten schon wieder rum? Nö, nö. Guckst du wieder, wo die Schüsse hingehen? Na? Na? Oh, ja, das war dumm von mir. Ja. Selber schuld, dass ich da stehen geblieben bin. Aber. Könnte jetzt langsam auch mal. Ich wehre dafür, dass du jetzt langsam mal einen Sniper bekommst. Nein, ich bin keinen Sniper. Das ist schon wieder die gleiche Scheiße. Warum bleibe ich da einfach stehen? Na, entweder stehen bleiben oder wegrennen, ne? Ja. Laufen, schießen, gucken. Wenigstens bist du auch gestorben. Oder? Ja. Das war mir auch egal. Ich bin einfach stehen geblieben und hab drauf geballert. Oh. Hab ich dich nicht erwischt, ne? Nein, hast du nicht. Du brauchst mich auch nicht messern. Oh. Ich hab's. Entweder mit dem Messer werfen oder Messer halt. Ich hab's genau gehört, ey. Na, wo ist die Prinzessin? Mhm. Na, wo ist sie? Da ist sie. So, jetzt. Konzentrieren. Ja, ja. Danebel. Oh, ich seh dich nicht vor diesem scheiß abgebrannten Auto. So. Eigentlich hätt ich nicht mal treffen müssen. Ich hätt aber höher ziehen müssen, glaube ich. Ja, ich glaub auf Entfernung ist das nicht so einfach mit dem Ding. Ne. Nein, wieso hab ich dich nicht ergedrückt? Scheiße. So. Jetzt krieg ich langsam bessere Laune. Und du? Ja, ja. Alles gut. Ich hab, äh, gute Laune. Ach, beste Laune. Absolut beste Laune. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ja, also ich hab, ich hab definitiv nicht so lange gebraucht, um noch zu schießen. Das sieht nur so aus da. Ja, ja, ja. Alles klar. Na, die Waffe reagiert einfach zu langsam. Ja. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mal wieder ein kleines Waffenstil. Irgendwann krieg ich ihn. Irgendwann krieg ich ihn dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.